Ruan Reynolds, Glenn Klose, Katwick Bosemann, Ami Schumer, Tim Robbins, der Rapper Methodmann und zahlreiche andere Promis sind in dem vier Minuten langen Videoclip zu sehen. Sie alle lesen eine kurze Geschichte vor, die von einer jungen Honduranerin erzählt worden ist. Mirian, so der Name der jungen Frau, floh im Jänner 2018 gemeinsam mit ihrem damals 18 Monate alten Sohn vor politischer Verfolgung aus Honduras. Beim Überqueren einer Grenzbrück im texanischen Breuvenzwille begab sie sich in die Hände der US-amerikanischen Einreisebehörde. Sofort wurde sie von ihrem Kind getrennt. Vielen Stars stockte beim Lesen der Geschichte der Atem, bei einigen flossen sogar Tränen. Glyn Hall will mit dem Klip auf die von Trump angeordnete Praxis aufmerksam machen, dass Kinder bei der illegalen Einreise in die USA von ihren Eltern getrennt werden. Mehr als 2300 Kinder wurden so in Auffanglager gesteckt und dort unter teilweise menschenunwürdigen Bedingungen von Niedereltern getrennt untergebracht. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at. Das könnte Sie auch interessieren. BAF.Themen Asylpolitik USA Ruhe an Reinholds Ruhe an Reinholds Ihre